Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier in Schnubbis Playground mit Let's Fats. Wir befinden uns hier immer noch in diesem gruseligen Ambiente. Mit unsichtbaren Steinen, die nur durch Blitze und Wasser sichtbar werden. Nein, Scheiben, Scheißer, ach gut. Ah, zu kurz. Ich bin schon. Oh, Schöp. Schöp. Ich muss schnell weggehen. Das ist nur so ein Durchgang, okay. Tada. Und wieder ein vollständig. Würfel Nummer 5. Juhu. Auch noch eine Tür, hätte ich fast übersehen. Kann man das Wasser aber auch schon. Mit diesem Level. Ich bezweifle, dass ich irgendwann den Weg wieder zurückfinden werde. So. Und Dück. Tschöp. Und Würfel Nummer 6 auch noch geschafft. Geht's hier aber rund. Sieh mal... Ein kleines Tor. Kleine Tore können dich zum nächsten Zeitreisetor zurückbringen. Aber sie funktionieren nur in einer Richtung. Na dann, hopp. Fein da. Puh. Puh. So weit, so gut. Puh. Da komm ich doch so ran. Oh, ne. Puh. Oh, ne. Die Unsichtbaren sind zu weit weg. Okay, hier sind noch unsichtbare Steine. Wie wenn ich hier drauf kommen würde. So. Töp. Oh, Mist. Jetzt lande ich wieder oben. Oh, jetzt. Ach, so. Okay. Super. Jetzt kommt noch irgendwas um... Ja. Eine Tür natürlich wieder. Einen netten Totenkopf natürlich. Was gibt's andere Genehmigungen aus, als in einen Totenkopf zu gucken? Ich hab die Antwort, wenn mehrere Totenköpfe gucken. Was ich ganz cool finde, ist, dass man immer so einen kleinen Hinweis bekommt durch dieses Flackern da oben. Wo denn jetzt hier... Na, was war das denn? Wenn der nächste Würfelsplitter ist... Machen wir das so schwingend. Dann ist das nicht ganz so leicht, was zu verpassen. Bzw. im Umkehrschloss nicht ganz so schwer was zu finden, was man sucht. Leben nach dem Turo. Weltraum. After Space. Hihi, After. Alter Leih. Der hier. Hä? Diese Gartensteine scheinen drehbar zu sein. Vielleicht kann man sie mit Y greifen und R-T-L-T drehen. Das ist eine reine wissenschaftliche Vermutung. Und dann... Aha, jetzt kann ich durchs Hintertürchen gehen. Wo kann ich jetzt gehen? Oh, schweinische Programmierer sind das. Und... Was ist das denn für ein Stein, bitte? Du hast deinen ersten Anti-Würfel gefunden. Für jeden Würfel gibt es auch einen Anti-Würfel. Jeder positive Würfel hat auch ein negatives Gegenstück. Anti-Würfel sind viel schwieriger zu finden als normale. Und was bringen die mir? Das sagst du mir natürlich wieder nicht. Piuuuu. Und ich darf wieder von vorn gehen. Ist das nicht schön? Schrein. Haaaah man man man. Wappala. Baraaf. Ah, jub. Krab. Naah. Das war jetzt aber wirklich reine Dummheit, gerade. Nö, hat doch eben auch geklappt. Da meine ich. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein. Ta ... ah, nein, nein, das war eben auch ein Stein. Ach, hier komme ich ja her, ne? Da war ich ja eben mit dem Rätsel geschafft, mit diesem komischen blauen Stein. Wann, verdammt. Wo geht's denn jetzt weiter? Da passt so aus, als ob ich hier alles hätte, soweit. Ich würde da rechts auch schon aufmachen, also weiß ich da bestimmt auch schon drin. Nicht schon wieder. Rande doch mal auf den Baum. Mal auf die Map gucken. Hier habe ich auf jeden Fall alles. Da habe ich auch alles da. Hier noch nicht. Ich will jetzt da hin. Schwenken? Kann man sich nicht irgendwie da rein teleportieren? Sieht nicht danach aus. Das bringt mir die Karte, wenn ich nicht weiß, womit ich damit hinkomme. Wo ich damit hinkomme, so. Pau, chica, wau, wau. Ach, hier weiter fehlt noch nicht. Sieht auch gut aus. Das ist der Karte nicht auf. War ich hier schon? Kommt der Endkarte. Ja, ich schon, aber ich habe nicht alles gefunden. Ich bin jetzt hier. Und damit kann ich auf die andere Tür gehen. Ich habe was 8 Würfel gefunden. Bis gehen wir doch hin zurück, wo all die Türen sind. Ja, später, Peter. So, ich kann glaube, dass ich mich dafür bleiben habe, sonst wäre das ein tiefer, tiefer Fall gewesen. Ähm, ja. Gehe ich mal hier durch. Und dann habe ich den 9. Würfel schon. Das geht jetzt aber fix, geht das jetzt aber. Jedes Mal springe ich wieder rein. Na rumzudäumen. Loll. Jo, jo. Ich glaube, hier war ich ja eben. Da müsste es ja noch andere Abzweigungen geben, als in dem kleinen Häuschen rechts. Und vor allem ganz viele Splitter. Jo. Jo. Kein Job mehr. Ja. Das ist eine Frage. Ach, jetzt hält er sich auch einmal hier fest. Ähm, oh, hier ist doch ein unsichtbar sein. Oh, ein Stein. Da ist er noch. Hm. 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 Welch Präzisionssprung. Oh mein Gott. Ah. Ah, komm. Nee, öfter mal war ich jetzt im Metan. Schlüssel habe ich keinen, aber den gibt es ja da oben dran. Oh, dammig. Mal den Versuch. Nee, was mache ich denn da? Wieso schwebt denn der immer noch da rum? Ach, jetzt weg. Okay. Okay. Eigentlich nehmen wir einen Geist. Da. Glaub mir niemals einen Geist bei Würfeln. Das sind bestimmt Fivoren, die dem komischen Würfel, der mich gleiten will, vorher schon mal gebraucht haben. Und am Ende werden wir dann alle sterben. Boah. Boah. Ah, gar keine Karte. Juhu. Ah, nee, eine Karte. Verdammt. Ich will aber einen Schlüssel haben und keine Karte. Da mich nochmal. Juhu. Was uns dann hier jetzt aber gleich erwartet, seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dann und bye.